tierisch gute erfindungen machen unsere investoren nervös wie ist der pult soll ich mal fühlen denn jeder will die besten start-ups für sich und jetzt geht es hier und schlachtplan liegt vor die löwen sind hungrig wer gewinnt das spiel mit den investoren millionen junge gute tüten da reicht's wahnsinn außergewöhnliche start-up stories in der höhle der löwen montag 20 15